In der Brandung, Balsam für die Ohren, die Stimme aus dem Off, der Grand Prix-Kommentator seit 1997, Peter Ober. Aber das ist ja komisch. Was ist komisch? Ich meine, man macht 30, 35 Jahre Radio, jede Woche rauf und runter, bringt Generationen mit Musik zusammen, die sie sonst nicht gehört hätten und für den Song Contest ist man bekannt. Ja, Herr Ober, beschweren Sie sich nicht über die Einscheidquote. Vergangenen war das 50 Prozent im Ersten. Unfassbar, 20 Millionen in der Spitze. Unglaubliche Zahlen. Und Ihre Ruhe bei der Ausübung dieses Amtes ist ja legendär. Ich habe mir das notiert, ein Bekannter hat kurz nach Mitternacht am Samstagabend im Internet folgenden Satz geschrieben. Herr Urban hat gerade den Sieg gemurmelt. Och Gott. Und er meinte das, ich weiß das voller Anerkennung. Wie sah es aber in Ihnen aus? Nein, ich wusste schon natürlich, dass das da in die Richtung geht, aber ich war echt schockiert. Also ich dachte nicht, dass ich in meinem Leben nochmal zwölf Punkte verkünden könnte. Und in dieser Häufigkeit. Es war einfach unglaublich. Ich war echt erstmal schockiert. Dann habe ich schon gemerkt, das geht in die Richtung. Und dann habe ich aber auch viel enthusiastischer reagiert, als man das vielleicht erinnert. Aber alle haben zu Hause nur gejubelt und haben meinen Kommentar nicht mehr gehört. Also ich habe ganz oft gesagt, hier, das ist ja ein Hammer, das ist ja unglaublich. Natürlich hätten wir den Sieg noch ein bisschen früher verkünden können, aber ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe vor einigen Jahren mal was falsch gesagt. Ich habe mal gesagt, die sind jetzt Gewinner und die waren es noch nicht. Also habe ich gesagt, rechne nochmal durch. Sind es noch wie viele Länder? Es war aber schon klar, sechs Länder vor Schluss waren wir schon durch. Es waren 0 Uhr und vier Minuten und Sie haben gesagt, den historischen Satz, das Rechenzentrum verkündet, Deutschland ist uneinholbar. Das habe ich gesagt. Rechenzentrum habe ich nicht genutzt. Jetzt wollen Sie gerade fragen, wer oder was oder wo ist dieses mysteriöse Rechenzentrum? Ich habe nie im Leben was. Das gucken wir gerne nochmal nach. Ich würde das Wort nicht nachnehmen. Wir sollten ohnehin diese schönen Momente nochmal nachgucken. Die historischen Minuten und auch dann Peter Urbans Erscheinung vor der Kamera. Vergangenen Samstag. Schauen wir mal. Bitte. Acht Punkte aus Mazedonien und damit ist es so klar wie Kloßbrühe, möchte ich sagen. Lena hat gewonnen. Lena ist die Gewinnerin des Eurovision Song Contest. Eine unglaubliche Geschichte. Lena hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es muss wirklich eine Woche für dich gewesen sein. Unglaublich. Du hast das super gemacht. Du bist cool geblieben. Du hast wirklich dich von doofen Fragen nicht belästigen lassen. Und du hast es trotzdem durchgezogen. Du hast heute eine unglaublich gute Performance hingelegt. Hast du das gewusst, dass du heute gut bist? Also normalerweise ist es so auch schon in den USFO-Shows war es so, oh Gott, du zitterst. Was war los? Hatten Sie Zuckersturz? War es Aufregung? War es gar Erregung, Herr Ober? Quatsch. Also nervös war ich nicht in meiner Karriere. Ich habe schon andere Kaliber interviewt. Das war nicht das Thema. Aber Sie müssen sich vorstellen, es gibt das Ritual, dass der Kommentator des Siegerlandes den Sieger interviewt auf der Bühne. Man sitzt ungefähr Luftlinie 150 Meter, so im vierten Stock oben über den Tribünen in kleinen Kabinen. Dreieinhalb Stunden Sendung. Total heiß. Man hat den Kopfhörer auf. Die ganze Zeit. Man ist konzentriert, angespannt. Und dann steht da eine Frau von der IBU und treibt einen durch die Halle, über Gänge, Treppen, Norweger, alles ist im Weg, weggeräumt. Man muss da runter. Und ich habe nach meiner Operation im vergangenen Jahr nun noch nicht wieder das Trainingspensum erreicht, dass ich richtig laufen kann. Sie müssen eine Knie-OP aussetzen. Nein, eine Knie-Hüft-OP. So, und nun ich im Schweinsgalopp da hinterher, bin natürlich außer Atem auf der Bühne. Und dann sagen die auch noch, ja, gut, Interview. Ich dachte, es wäre ein aufgezeichnetes Interview für die IBU zum Schneiden. Sonst hätte ich vielleicht mal einen Kamm in die Hand genommen. So, dann stehe ich da. Es geht raus nach Deutschland. Ich weiß das nicht. So, ich interview die. Die war ja süß. Ich meine, die ist ja klasse. Sie ist einfach toll und cool und ein Ausnahmetalent. Und ich habe mich super gefreut. Aber die Situation war wirklich, eigentlich ein Witz. Also im Prinzip hätten Sie sich vorbereiten können, aber Ihnen war gar nicht klar, dass das rausgeht live. Also ich war natürlich, man hätte wahrscheinlich keine anderen Fragen gestellt. Aber ich meine, trotzdem hätte man ja gerne gewusst, ey, das geht jetzt live nach Deutschland. Die hatten nämlich versucht, eine Leitung direkt zu ihr zu schalten, war nicht gelungen. Und dann haben Sie dieses Interview genommen und durchgeschaltet. Aber das hätte man mir vielleicht mal nebenbei sagen können. Das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Aber da war so viel Aufregung, so viel Begeisterung und Euphorie auf der Bühne. Da kommt es dann auf sowas nicht an. Stefan Rapp kam mal mit dieser Fahne, sah aus wie so ein Clown, aber ist ja egal. Und es ist einfach ein Moment gewesen, den man einfach genießen muss. Und wir haben uns alle wahnsinnig gefreut. Und besonders schön ist, dass die Leute sich auch hier zu Hause so gefreut haben. Und jeder zweite Fernseher im Grunde war eingeschaltet, nahezu ganz Deutschland war dabei. Bjarne Mädel, wo haben Sie es verfolgt, diese Minuten? Ich habe vorher noch Theater gespielt, hier an den Kammerspielen. Und bin dann, da war gerade die Auswertung, bin ich von dem Theater zu einer Kneipe gelaufen. Und es fühlte sich an, als würde Deutschland Fußball spielen und ständig Tore schießen. Deutschland hat ja an dem Abend auch gespielt. Aber aus jeder fünften Wohnung kam Jubelschreie, wie ich das sonst nur vom Fußball kenne. Und da wusste ich schon, es läuft anscheinend ganz gut für Lena. Ja. Ja. Viele haben das auch im Vorfeld gesagt. Viele haben Lena zur Favoritin erklärt. Wie sicher waren Sie sich im Vorfeld, Herr Obern? Ja, aber man muss auf solche Versicherungen im Vorfeld eigentlich gar nichts geben. Wir hatten schon oft Kandidaten, die also auch hochgelobt waren. Und dann endete das am 15. Platz, Texas Lightning oder sowas. Aber hier spürte man schon, also das wird ein gutes Resultat. Die Aufmerksamkeit der Presse, auch der ausländischen Presse war sehr, sehr hoch. Weil sie eben einfach auch eine ungewöhnliche Erscheinung, eine Ausstrahlung hat, die eben anders ist als bei anderen Künstlern. Sie ist nicht so eine Stereotype. Sie hat immer eine eigene Persönlichkeit und das ist das Tolle an ihr. Und wenn man denen dann noch erzählt, wie dem englischen und dem schwedischen Kommentator, dass sie erst seit vier Monaten eigentlich professionell auf der Bühne steht oder halb professionell, die vielen aus allen Wolken, die konnten das ja eben nicht glauben. Stars haben ja heute eine sehr schnelle, kurze Verweildauer. Wenn wir jetzt die alte Definition von Star nehmen, wo jemand aufgebaut wird und ein Künstlerlebensstar bleibt, glauben Sie, dass Lena das Zeug zu diesem Star hat? Ja, das glaube ich. Ganz bestimmt, wenn sie die richtigen Schritte wählt. Und die richtigen Schritte sind, sich wirklich um ihre Karriere zu kümmern, sehr gute Platten zu machen, sich gut beraten zu lassen, vielleicht auch mal mit anderen Produzenten zu arbeiten, die ihre Art von Musik, den so britischen Indie-Pop, gut verstehen. Und dann auch die Karriere in Europa fortzusetzen. Und danach sieht es ja aus, die Verkäufe sind ja großartig, auch in anderen Ländern. Hier haben wir, glaube ich, die Chance, dass da mal ein Popstar aus Deutschland kommt, der europaweit Erfolg haben kann. Wenn sie wirklich vernünftig bleibt und nicht als Miss Eurovision Song Contest einfach in der Erinnerung bleibt, wie das mal Nicole passiert ist. Und insofern finde ich die Idee, sie dann nochmal antreten zu lassen, gar nicht so verkehrt. Am Anfang dachte ich, ey, ist das jetzt wirklich weise? Verliert sie dadurch nicht die Aura, die sie eigentlich hat? Aber wenn man ein zweites Mal sie antreten lässt und sie gewinnt dann nicht, dann verliert sie einfach diesen Heiligenschein und kann dann ganz normal auf eine Popkarriere gehen, die sie wirklich haben kann. Sie kann auch als Schauspielerin arbeiten, glaube ich, sie hat echt das Talent. Sie sollte aber vielleicht auf die Schauspielschule richtig gehen und es wirklich das Diplom machen im Sinne von Frau Schwierz. Also ich glaube schon, sie hat aber ein Riesentalent und wir werden lange was von ihr haben.